Herzlich Willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme. Das Café Esplanat hatte gerade erst geöffnet. Außer ihm verloren sich nur zwei weitere frühe Gäste in dem großen Raum, dessen Fenster sich zur Promenade und im Dunst über dem Ärmelkanal öffneten. An einem Montagmorgen im April gehörte diese Gegend nicht zu den stark frequentierten Vierteln von Ostende. Wapak Yuan Harimoti betrachtete den schweren Siegelring am Ringfinger seiner rechten Hand. »Wir sind ganz schön weit rumgekommen, mein Freund«, murmelte er und strich mit dem linken Zeigefinger über den fein gearbeiteten Drachen, der das massive Gold zierte. »Bonjour, Monsieur«, er blickte zu der jungen Kellnerin auf. »Bonjour, Mademoiselle«. Wapak bestellte ein kleines Frühstück mit Waffeln lütticher Art und einem Café au lait. »Bedonkt«, ganz unvermittelt war er ins Niederländische gefallen, die Sprache, die ihm so viel vertrauter war, als Französisch. Niederländisch und Sundanesisch waren seine Muttersprachen, daneben sprach er das für Seeleute übliche, nicht ganz lupenreine Englisch der Meere und ein passables Französisch. 1941 hatte sich seine Mutter, Tochter eines niederländischen Kaufmanns auf Java, in einen einheimischen Grundbesitzer verliebt. Wapak Yuan Harimoti hatte das Licht der Welt erblickt, kurz bevor die Japaner im Jahre 1942 im Rahmen des globalen Größenwahns die Inseln überrannten und seine Eltern mit ihm nach Australien flohen. Nach dem Ende des Krieges zogen sie für einige Jahre ins holländische Mutterland, bevor die Sehnsucht seiner Eltern zurück in das mittlerweile unabhängige Vaterland trieb. Wapak wuchs in der Hafenstadt Merak in einer Mischung aus kalvinistischer, muslimischer und kaufmännisch-pragmatischer Weltanschauung auf. In Ermangelung eines klar definierten Gottesbildes elterlicherseits und der anziehenden Atmosphäre der Hafenkneipen von Merak mit ihren Musicboxen, wählte Wapak Rock'n'Roll zu seiner Religion und Karl Perkins zu seinem Gott. 1956 kaufte er sich sein erstes Paar Wildlederschuhe, natürlich blau, my blue suede shoes. Mit 20 beschloss er, den Rest der Welt zu erkunden und heuerte auf einem argentinischen Trampfrachter an. Die ersten drei Jahre fuhr er etliche Male rund um Indonesien. Wapak störte das nicht so sehr, solange sich nur in jedem Hafen eine Kneipe mit einer gut bestückten Musicbox finden ließ. Später folgten andere Schiffe und andere Häfen, die Kreise wurden größer. Shanghai, Hongkong, Yokohama, San Francisco, New York, Rotterdam, Hamburg, Seebrügge. Nach etlichen Weltumrundungen auf den unterschiedlichsten Schiffen wartete er 1987 in Seebrücke gerade an Bord eines Containerfrachters auf neue Ladung, als er Nachricht vom Tod seiner Eltern bekam. Sie hatten beide ein biblisches Alter erreicht und ein erfülltes Leben gehabt. Trotzdem trauerte Wapak zwei Tage lang in einer Hafenkneipe an der Nationalstraße 34 und fütterte die Musicbox mit Münzen. Dann fasste er einen Entschluss. Die Zahl der Kneipen mit anständiger Musik in den Häfen der Welt hat in den letzten Jahren stark abgenommen und da er nun gerade mal ein Land war, konnte er genauso gut sesshaft werden. Er nutzte das bescheidene Erbe, sich zwei Apartments im nahegelegenen Badeort Blankenberge zu kaufen und die Musicbox aus der Kneipe gleich dazu. Das eine Apartment im Souterrain eines alten Hauses im Ortszentrum nutzte er zum Wohnen und das zweite direkt an der Promenade mit Seeblick zur Vermietung. Den Sommer über wohnte er im Souterrain und im Winter zog er mit seiner Musicbox in die Wohnung mit unverbaubarem Blick auf den Ärmelkanal. Er genoss die Winterabende, wenn er hinter der großen Balkontür saß, Musik hörte und die Lichter vorbeifahrender Schiffe verfolgte. Der langfristige Plan war, durch die Mieteinnahmen ausreichend Kapital anzulegen, um ganzjährig mit Seeblick wohnen zu können. Kurz bevor dieses Ziel erreicht war, ließ der globale Größenwahn einiger Investmentbanker die Rücklagen dramatisch schmelzen. Im Gleichtakt mit der Krise sanken die Urlauberzahlen und damit die Einnahmen. Selbst die Vermietung der Promenadenwohnung über den Winter und der damit verbundene Verzicht auf die erholsamen Stunden hinter dem Panoramafenster reichten nicht mehr aus, um die Kosten für den Unterhalt der beiden Wohnungen zu decken. Bapak hob sein verbliebenes Geld ab und fuhr nach Ostende ins Casino. Am Morgen darauf verkaufte er die Promenadenwohnung zu einem Spottpreis an einen unsympathischen und schlecht gekleideten Immobilienmakler und zog mit seiner Musicbox ganzjährig in das kleine Souterrain-Apartment. Da die Einnahmen aus der Vermietung des Apartments mit Seeblick jetzt in andere Taschen flossen, musste er eine Alternative finden, um über die Runden zu kommen. Einige Zeit hielt er sich mehr schlecht als recht mit Gelegenheitsjobs über Wasser, dann kam der Zufall zur Hilfe. Beim Entrümpeln der alten Lotsenstation, einem der schlecht bezahlten Aushilfsjobs, fand er ein gutes Dutzend Kartons mit alten Seekarten, die er in das kleine Souterrain-Zimmer schaffte. Er nahm die alten Karten und klebte sie auf drei Millimeter starke Möbelrückwände. Bei der Auswahl der Kartenausschnitte achtete er nicht auf Ländergrenzen und andere geografische Fakten, sondern einzig und allein auf den ästhetischen Gesamteindruck. Die Ausschnitte mussten die richtige Mischung aus Küstenlinien und Inseln, besonders zahlreicher Betonung und nautischer Hinweise aufweisen, damit sich dem Betrachter eine Leinwand für maritime Fantasien eröffnen konnte. Stockflecken von der Lagerung im Keller der Lotsenstation und die Kratzspuren der Skalpelle sowie handschriftliche Skriptolmarkierungen, die das Entfernen von Seezeichen und das neuerliche Einzeichnen an veränderter Position verrieten, stellte er als Zeugnisse authentischer Seemannschaft gerne in den Vordergrund. Zuletzt umrahmte er die Kartenstücke mit dünnem weißem Tau, befestigte auf der Rückseite einen selbstklebenden Haken und verkaufte die kleinen Kunstwerke an Touristen. Die Kunden teilten seine ästhetische Einschätzung voll und ganz und bezahlten gerne für die Unikate. Speziell die Exemplare mit Stockflecken und sichtbaren Korrekturen gehörten zu den begehrtesten Stücken in seinem Angebot und erzielten erstaunliche Preise. Er fotografierte mit einer kleinen Digitalkamera die Kartenausschnitte und inserierte sie in einem Online-Auktionshaus. Bereits nach kurzer Zeit florierte das Geschäft und er verkaufte seine Karten in ganz Belgien, bis nach Deutschland hinein und sogar in die ferne Schweiz. Im Laufe der Zeit erholte sich sein Kontostand merklich und der Kauf einer neuen Wohnung mit Seeblick rückte in greifbare Nähe. Ein Prospekt mit dem reißerischen Aufdruck Occasion und der Entwurfszeichnung für ein neues Apartmenthaus in bester Lage wurde zu seiner bevorzugten Bettlektüre. Ein amtlich aussehender Brief machte dann eine erneute Revision aller Pläne nötig. Der Kartenverlag war im Internet auf seine Kunstwerke gestoßen und schickte ihm eine Abmahnung wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht in nicht unerheblicher Höhe. Wiederwillig bezahlte Barpack auf Anraten eines Anwalts die verlangte Summe. Dann hob er den kläglichen Rest seines Geldes ab und fuhr nach Ostende ins Casino. Barpack Johann Harimurti schaute auf den Prospekt mit der Aufschrift Occasion, den er aus der Innentasche seines Blazers geholt hatte, und er jetzt vor ihm neben der Kaffeetasse und dem Teller mit dem Croissant lag. Langsam schweifte sein Blick über die Architektenzeichnung, die eine glänzende Fassade aus Glas und Stahl mit großen Balkons zeigte. Auf einigen Balkons hatte der Zeichner Liegestühle und Sonnenschirme platziert, im vierten Stock war eine Tür zur Seite geschoben und an der Brüstung im sechsten Stock lehnte ein Paar und blickte aufs Meer. Barpack Johann Harimurti nippte nachdenklich an seinem Café au lait und ließ einen blauen Jeton durch seine Finger leiten. Die letzte Nacht war nicht ganz so verlaufen, wie er es sich erhofft hatte. Anfangs sah es ganz gut aus, aber je später der Abend wurde, desto deutlicher zeichnete sich eine sagenhafte Pechsträhne ab. Und wie jeder andere Amateur hatte er ins fallende Messer gegriffen. Gutes Geld, Schlechten hinterhergeschmissen. Alles nur hohle Phrasen, für das Faktum simpler menschlicher Dummheit und Gier. Den vorletzten 100-Euro-Jeton hatte er beim Roulette auf die Acht gesetzt. Die Kugel drehte sich und während er noch überlegte, ob es Sinn machen würde, zu einem Gott zu beten, und wenn ja, zu welchem, war der weiße Ball auf der 17 liegen geblieben. Papak Johann Harimurti warf noch einen letzten Blick auf die gelben Lettern. Occasion, Gelegenheit, faltete den Prospekt zusammen und steckte ihn sorgfältig in die Innentasche seines Blazers zurück. Er winkte die Kellnerin heran und zahlte. Darf ich sie fragen, wie alt sie sind, fragte er das Mädchen. 22, antwortete sie und legte die Stirn misstrauisch in Falten. Verbindlichsten Dank. Mit dem Daumen seiner rechten Hand schnippte er seinen letzten Jeton in die Luft und fing ihn wieder auf. Gelegenheit. Leise singend verließ er unter den irritierten Blicken des jungen Mädchens das Kaffee. Well, it's one for the money, two for the show. And three to get ready now. Go, cat, go. But don't you step on my blue, suede shoes.